Ja komm nur her Scheiß wie ich So, wo bin ich jetzt? Da Na ja, wie soll ich die Waffe geworfen zu 1 Ja, das beschreibt es ganz umwerfend Komm Fuck Ey, was machst du? Kriegst du auch nochmal ein bisschen Leertaste? Hat schon mal ein Freund von dir gekommen Ganz viel Leertaste in your face Autsch Nein Dieser Anzug gehört mir Ja Wir haben eure Technologie weiterentwickelt Ich halte doppelt so viel aus wie du Fuck Ich hab gar nicht mehr ungegrenzte Energie Sag mir das auch gleich einer Fuck, ich brauch das andere Visier Nein, hier, gib mir doch das Hier, ist hier Danke Geh doch Wenn ich treffe würde, dann wäre es auch noch nicht schlecht Oh, gibt's hier irgendwo noch andere Waffen? Oh, da gibt's ganz viel andere Waffen Die hab ich nicht gesehen Oh, die nehm ich mal mit Oh fuck Ich brauch Waffen, 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 Waffen So Mal mit den Hässligen wieder Na komm schon Fuck, fuck Aua, 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 Aua Ich brauch hier mal kurz Schutz Ah, hier ist nochmal so ein Ey, das gibt's nicht Toll Jetzt ist das Fahrzeug explodiert Das hat's ja jetzt echt gebracht Ups Komm ich gegen's Mikro Also muss ich ja komplett neu anfangen, oder was? Markiere ich jetzt aber gleich alles Kann ich gar nicht Nein, nein Ich krieg jetzt erstmal alles in deine Fresse Ach toll, ich kann hier wegschmeißen So Fick dich doch So, jetzt krieg ich nochmal ein bisschen Leertaste ab Leertaste in your face Aua So Alles markieren, was mir irgendwie geht Luki weiterentwickelt Ich halte doppelt so viel aus wie du Perfekt Die sind richtig gut So Jetzt Oh je Von denen kommen wir immer mehr Erstmal das andere Visier noch Hier Hier Danke Was kann man hier machen? Kann man das hacken? Eww Merke ich das? Geschütz Kann man immer brauchen So Mal gleich nochmal mit hier Kommt dieses dreckige Dreckswieg schon wieder Na komm schon Lass mich doch in Ruhe Fuck 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 komm doch her du scheiße ich ah, gib mir doch, nein, ah, ey, das ist doch scheiße hier gibt es aber zu wenig Waffen, muss ich so sagen komm jetzt her, kriegst du hier eine volle Ladung geil, und tot, oh man, komm, geht es schon wieder los, einmal scheitere ich, dann scheitere ich immer, oh, ist ja auch mal wie eine Deckung, ey du Hurensohn, du und ich, genau wie geplant, hm, komm schauen so, ich schalte noch mal der Tasche in die Fresse, aber wahrscheinlich müssen wir das dreimal machen, ey, weil er das drei so arme hat boah, das wird was werden, vor allem wenn die ganze Zeit einfach gegen unsere andere Einheiten kommen nein, dieser Anzug gehört mir wir haben eure Technologie weiterentwickelt ich halte doppelt so viel aus wie du so, jetzt aber na, ich will die Waffe doch gar nicht hier, so jetzt und ich will natürlich wieder das andere Visier, so so, hack dich geiles Geschütz, hilf mir mal so, jetzt aber so, jetzt gibt es eigentlich mehr als genug muss noch ein bisschen laufen, glaube ich so jetzt kommt das andere Scheiß, wie ich bestimmt wieder keine Energie mehr wow, 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 was war denn das, ich konnte mich gar nicht bewegen, man, das ist doch scheiße Jungs, Mädels das finde ich nicht cool das ist gar nicht cool was war denn jetzt los ey, das ist schon null Überblick hier an den Waffen komm, jetzt sauber oh, wir können schon fertig sein wir können aber erstmal wieder alles aufsammeln und markieren und aua ich halte doppelt so viel aus wie du so passt so, alles markieren hier den muss ich auch noch ändern so, jetzt aber diesmal klappt es jetzt er hat so einen komischen Angriff gemacht aber es wurde auch angekündigt Malangriff oder so hat er das genannt da muss ich wahrscheinlich hier zur Seite gehen na komm schon na komm, ey wow und dann hier auf die Seite springen jawohl, wunderbar ich komme aber hier nicht mehr hoch geil, ich komme hier nicht hoch kacke jetzt aber ich gebe mir die andere Waffe fuck, fuck, fuck wow, fuck fuck, fuck, fuck fuck jawohl jetzt noch eins Leute, das schaffen wir du bist einer von uns komm, fick dich fick dich jetzt wollen wir schnell Munition und ich bin nicht wie du ganz und gar nicht ich bin besser als du ich werde dir zeigen was ich kann so, jetzt aber ich steig aus wenn ich darf aber zu viele Gegner fuck, fuck, fuck nur vor dieser scheiß malende Angriff wieder kommt sollte ich mir eine Stelle suchen wo ich dann wieder auf die Seite springen kann hier, perfekt fuck, fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck, fuck so, Ork-Ausgewehr, perfekt fuck, fuck, fuck ja, ist okay jetzt jawohl hab ich dich du Bitch komm nur her Penner krieg schon mal ein bisschen Leer darstellt in die Fresse yeah bam sagst du nichts mehr, hä ich bin Es gibt noch gar nichts. Fuck. Komm, mit dem Pfeil in die Fresse. Ja, und er löst es. Er vernichtet es gerade alle mit. Perfekt. Jetzt sind mir die Arschlöcher los. So. Was steht es los? Fuck. Rutschen wir wegen ab. Komm her, du. Komm, Michael. Oh, Mann. Keine Zeit. Wir sind zu spät gekommen. Sie sind durch. Ich werde dich da rausholen. Nein. Der Anzug. Ich kann nicht. Verdammt, Barts. Es ging nie nur um den Anzug. Das saugt uns in diesen Strahl rein. Was seid ihr bereit zu opfern? Als sie mit dem Nanosuit zu mir kamen, opferte ich Lawrence Barnes, den Mann, der ich war. Und wurde Prophet. 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 Die vielleicht beste taktische Kampfmaschine seit Menschen gedenken. Nur Befehle, mein Freund. Ist der überhaupt ein Mensch? Du könntest genauso gut eine scheiß Maschine sein. Aber wenn man alles geopfert hat, um eine perfekte, kalte, harte, logische Maschine zu werden, und diese Maschine versagt, was passiert dann? Oh, da kommen sie schon. Barts, halt durch! Jeder hat eine Wahl! Wenn Prophet versagt, was bleibt dann noch? Lawrence! Sie haben etwas, Prophet. Barts, halt durch! Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Lorenz! Es geht nie nur um den Abschluss! Barts, halt durch! Lorenz! Barts! Nein! Die Naniten in ihrem Anzug sind frei. Das heißt, sie können sich in alles verwandeln. In jede erdenkliche Form. Archangel. Totale. Orbitale. Vernichtung. Dann. Binden wir uns doch mal. Mit dem Ding hier. Würde ich sagen. Noch sind sie nicht durch. Noch sind sie nicht durch. Oh, das ist gar nicht so einfach. Komm, 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 voll in die Fresse! Bis zum Glück! Untertitelung des ZDF, 2020 Der Abschatz So, wachen wir irgendwo auf Oh Sieht ja fast schon aus, als ob wir unseren Anzug nicht mehr haben Wow Wow Wir betaten jeden Preis, der von uns verdammt wurde Und vergaßen dabei, wer wir wirklich sind Und wer wir sein können Die besten Versionen von uns selbst Eine Maschine muss der Welt einnehmen Und darf sie nicht unterglocken Als Volk und als Welt haben wir nur eine zweite Chance Lassen Sie uns nie vergessen, was wir gelernt haben Denn der Preis für dieses Wissen war unfassbar hoch Niemand weiß noch nichts, wo wir trinken Aber wir hätten sie gemeinsam erleben Im festen Wissen um alles, was wir verloren Und viele gefunden haben In der ersten Woche unserer Ausbildung Lehrten sie uns eine Lektion Ein guter Soldat weiß, dass es nur eines gibt Worauf er sich verlassen kann, wenn die Chips ausfallen Nicht auf seine Information und nicht auf sein Equipment Oder seine Waffe Sondern nur auf sich selbst Ich habe lange gebraucht, um mich daran zu erinnern Fürs Erste ist der Krieg vorbei Ich habe Fehler gemacht Aber ich bin nur ein Mensch Mein Name ist Lawrence Barnes Sie nannten mich, Prophet Vergessen Sie mich nicht Ja, damit Leute geht eine der wohl krassesten und epischsten Trilogien der Spielegeschichte zu Ende Wow, 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 was für ein Ende Was für ein Finish Unglaublich Also ich fand es richtig, richtig Hammer Was für eine Geschichte auch dahinter steckt Einfach dieser Weg Von Prophet Der zur Maschine wurde Und dann doch wieder erkannte, dass er eigentlich nur ein Mensch ist Und jetzt am Ende Quasi sich in alles Erdenkliche verwandeln kann Wenn man, wie sie gesagt hat, wie Claire gesagt hat Und im Prinzip aber nur ein Mensch ist Und jetzt ist er ein Mensch ohne Nanosuit Mit all diesen Kräften Und einfach nur Hammer Und ja, was soll ich sagen Bin gerade ein bisschen sprachlos, ein bisschen buff Aber Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen Wir haben jetzt die komplette Crisis-Reihe durch Crisis 1 Crisis Warhead Crisis 2 Und jetzt endlich Crisis 3 Auch beendet Ich hoffe, euch hat es richtig viel Spaß gemacht Mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht Ich finde es eine der krassesten und geilsten Action-Trilogien Die man denn so im Spielemarkt bekommen kann Da haben die deutschen Entwickler von Crytek Einfach ein Hammer, Hammer Spiel hingezaubert Ich lasse euch jetzt mit den Credits alleine Und ich kann euch schon mal versprechen Weil ich das weiß Nach den Credits Gibt es eine kleine Überraschung für euch Bis dann Ciao, ciao Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Bis dann Untertitelung des ZDF, 2020 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 günsté, kaikki Bear当然 sweat Feeling urbanissthan supervisekijke Wir werden hier abgeknallt wie Fliegen! Guten Abend, sehr verehrte Herrschaften. Ich war vor einiger Zeit mal Gast in einer Ihrer Kliniken. Und würde mich gern beschweren. Die ganzen Entwickler und Publisher EA. Und natürlich an euch Zuschauer, die das hier verfolgt haben. Das hat mir natürlich auch einen riesen Spaß gemacht. Ich hoffe ihr bleibt bei anderen Projekten dran. Und bleibt mir und unserem Kanal treu. Bis dann, ciao, ciao, haut rein!